hey leute willkommen zu einer weiteren episode von minecraft skyplanes wieder mit dabei aber little miss cute ja und okay also ich hole mir jetzt weitere fackeln und gehe dann wieder in die mine und nehmen dir mir dieses mal eine werkbank werkbank und weiteres werkzeug mit so ich habe den brot gegeben ich habe so oft den knopf gedrückt jetzt habe ich den fehler bekommen das kann man deaktivieren das kann man wie kann man das ja das darf auch dabei stehen die diese nachricht nie wieder anzeigen oder sowas da muss man einfach den haken dran setzen dürfte auf jeden fall was mit deaktivierung so stehen dass das nie wieder was macht diese tassen kommen so bei mir steht immer nur möchten sie die einrast funktion ein ich habe die einrast funktion eingeschaltet das ist dumm ja schreib mal was hier laufen schafe rum die kann man auch einsperren doch über mir sind welche wo laufen schafe herum ich deswegen habe ich das so hoch gemacht was findest du nicht so ganz schick also wo sind schafe wird da wo mein eingang ist wo ich her kam da direkt darüber führe mich zu eurem meister ach da drüben ja ja wie soll ich darüber kommen wie soll ich da hochkommen spring ja klettern springen so hoch zu kommen oder war ich kann noch mal ein zombie ihm geht's gut doch wenn wir ihn wieder in reich und hier ist ein schwarzes schäfchen ich brauche etwas wir müssen mal kurz drüber nachdenken was ist wenn dieser zombie willischer ein zombie willischer werden wollte weil er keinen bock mehr auf das leben hat weil er depressiv wird und wir ihn jetzt wieder zurückholen ist dann sein leiden von vorne schäfchen komm her schäfchen komm her ok soll ich das schäfchen hier drücken einfach einbauen dann brauchen wir aber noch mal ein zauntor schäfchen schäfchen ich beginne einfach ein halb ist ja mach mal schon mal bevor dann müssen wir das schäfchen hier einfach nur rein bekommen schäfchen schäfchen mögen weizen oder ja schafe mögen weizen die folgen einem wenn man weizen hat in der hand ja dann wärs gut wenn wir mal wir haben weizen fällt ja weizen holen ich würde mal alles aber wieder anpflanzen das video ist jetzt nicht mehr familienfreunde ok ich habe ich habe eine höhle gefunden das ist das gute schlechte nachricht voller monster ja es wäre gut wenn wir noch nicht ja ich komme ja ich halte doch endlich durch diese doofen löcher dort danke bitte kenne das wenn die so eine einzige fliege in eurem zimmer sich denkt das setze ich mir mal hin und jedes mal jedes mal wenn die verscheucht vergesst diese fliege dass sie sie gerade verscheucht hat gerade einen herzstillstand erlitten hat und trotzdem durchkommt fliegen haben ein kurzzeitgedächtnis deswegen fliegen die auch immer wieder gegen so wie goldfisch ja so bin auf dem weg zu dir mit weizen ok ich habe ein sicher ich habe einen sicheren weg zum spawner gefunden äh von den beziehungen zwischen goldfisch ist eigentlich ziemlich traurig ich habe einen weg zum gold also nicht goldspawner das video ist nicht mehr familienfreundlich ich weiß das eisen liegt da unten nein das video wurde gebannt nein das video wird nicht gebannt aber es wird halt weniger kinder vorgeschlagen es bei youtube kids ist es dann nicht mehr ich suchte später der zombie hat das eisen nein wenn das so leicht wäre ich gehe da komme ich nehme ich nicht ran das ist das problem ich habe Futter für dein Schiff ich habe Futter für dein Schiff ach brauchst du eigentlich noch Knochen? hmm nein ach ich laufe dagegen so und ich habe gerade vergessen was ich tun wollte Schäfchen ich versuche mich so tief zu bullen wie ich nur kann ok das ist schon Schäfchen ich bin hier ich glaube das ist jetzt ein geämpferner es sind mehrere geämpferner jetzt folgt sie wieder ja ja ok und jetzt nimmt das Weizen weg und Weizen weg nein Schäfchen rein fuck du musst wieder rein führen komm Schäfchen nein drehst mir jetzt nicht deinen Arsch hin jetzt komm in dem Moment habe ich mich umgedreht ja einfach rinne da in die Ecke und tu dann sobald du in der Ecke bist Weizen weg und komm raus gerannt ich schau euch mal zu das ist ziemlich interessant ach das schwarze Schaf und ein lägen denn jetzt raus rennen ach so brauchen wir nur noch ein Tor ja warte mal ich hab ich hab glaube ich noch halb jetzt brauchen wir nur noch ein zweites Schäfchen jetzt brauchen wir nur noch ein zweites Schäfchen willst du mit Arscher? äh ich ja wohin? nur wenn du Lust hast äh du bist eben runtergefallen meinst du dahin oder wie? ja theoretischerweise ja aber praktischerweise eigentlich zu meinem Haus zu meinem Haus ich hab grad Sachen eingesammelt von irgendwem von irgendwem Widerlagen was sind was sind das für Sachen? keine Ahnung ich bin erstmal auf dem Weg zurück weil es hier dunkel wird ich höre ein Zombie ich hau ab ich komm jetzt wow das ist ein komplett verzauberte Skelette glaub ich komm heute Nacht auch noch das ist leicht so vielleicht oh je der Babyzombie hat mich entdeckt oh nein die sind am schlimmsten du darfst ihn nicht ach so das ist nur der Zombie Villager ja ich hab gehört wir gehen jetzt alle schlafen ich bin aufs Rückweg ja hab ich auch von gehört ich hoffe das auch stimmt und nicht nur der boah ach du scheiße auf die Luft wegzuatmen die Kinder die noch größer werden wollen denen du grad das Video versaut hast die müssten noch was atmen ach ja äh was was ja was vor allem ja die müssen atmen die Kinder alle atmen das hast du schon mal zu einem also zu einer Person die Asthma hat gesagt du musst atmen hier ist überall Luft nein du musst es jemand sagen der grad an äh Erstückung stirbt atmen du musst atmen ich ich kann nicht atmen atme geht nicht ist der Zombie noch da? was hast du so atmen verlernt das ist voll kinderfreundlich so als ob er grad erstickt voll kinderfreundlich oder? er hat sich schon was zu haben gut er ist noch da und er ist glücklich mit seinem Schmerz nein hab ich Essen überhaupt? nein nein das ist ein Spielzeug er wird zutiefst rauchen wenn wir ihn ein einziges Spielzeug unser ganzes Leben wegnehmen da ist ein Skelett mit verzaubert schulden würde jetzt eine Fahrer würde jetzt jemand mitkommen? achso ich hab Steine ich bin grad dabei zu sterben was weil ich sterben nicht fand oh ein Skelett Marius du hattest doch vorhin gefragt was ich eingesammelt hab hm Stein Stein ich hab Stein eingesammelt achto achto au das machst du prima ich mach mit das sieht lustig aus was ich bin verwirrt au muss ich mich wundern dass muss ich mich wundern dass hier ein villager in einem boot ist nein nein lass den das hat seinen grund ja der hat der hat ein villager im boot das ist der grund das ist hat sein 30 hat sein 30 shooting stars I can really use a wish strike now wish strike yay helm geil ist das normal dass ich einfach spontan immer irgendwelche Lieder im Kopf keine ahnung ne das geht mir genauso das ist komplett normal alles und dann singe ich einfach den Text ja 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 ich folge dir mal alles ja na klasse das Holz kann ich Glück gebrauchen das nehme ich gleich mit der steckt sich hier einfach mit Holz hoch ach du hast hier unten so einen kleinen Farbigen Stitcher ach ach ich hab ich mach mich so in die 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 Oh, ein Skellet! Okay, Skelett. What the fuck, da war auf einmal wieder Höhlen-Geräusch, obwohl ich zwischen Bäumen stande. Zwischen Bäumen. Warum? Warum haben die Gamma-Einstellung? Was ist das mit Gamma-Einstellung? Ja, ich hab das schon komplett. Kennst du das auch? Ihr steht so im Wald und hört dann so Höhlen-Geräusche. Ja. Geht mir in Relief immer so. Hm, wunderschön. Einfach die besten Geräusche, die es gibt. Wenn man dann so Federmäuse hört und das eigene Echo der Stimme. Kann mich mal bitte einer hauen? Nicht in echt! Nicht in echt und auch nicht in Minecraft. Ich sage das immer nur so. Das ist nur einer meiner Sprüche, okay? Vielleicht kann rüberrehen. Meine Holzspiel, zack und ich weiß, wie sie zu benutzen. Ich meine diesen Spruch nie echt ist wirklich immer nur so gesagt. Wann nehme ich jetzt eine Holz... äh, eine Stein? Eine was? Eine Holzspitz-Hacke? Stein! Habe ich. Ich habe Stein. Ich habe Allgemein-Stein. Dann braucht man Nanos-Drucks und schon kann man sich eine herstellen. Okay. Ich bin gewappnet mit einem Schild. Bei mir ist es ewig kleine Herstel. Ich hole meine Items zurück. Was für Items? Meine Items. Wo lagen die? In meiner Mine. Nicht davor? Nein. Halt mal raus! Bei wem grub? Hm? Hm? Hol... Halt mal die Scheißhöhle in die Maus? Ähm... Nein, habe ich es nicht, weil ich zu blöd bin und um mir... Ah! Das riecht mich auf. Das riecht mich richtig auf. Kann man nicht mehr. Ich hoffe, deinen Zuschauern, äh, liegen nicht dir um. Nee, nee. Hier geht's. Ja. Helmut, was darfst du jetzt hier zum Mittag? Ja, das ging an dich. Ja, du bist gemein. Ja, genau, du, du direkt am Handy sitzt. Nicht zu nah dran. Ich habe früher einfach sehr oft ganz nah am Handy gesessen, dadurch habe ich... Dein Augen nicht verloren. Also Leute, alle, die zu nah am Handy sitzen, geht weiter weg. Ihr seid viel zu nah dran. Ihr wollt euch... Alles klar, ich bin... Alles klar, ich bin... Ich habe Gold. Ich habe Gold. Was bringt uns Gold? Gold bringt uns goldene F. Nimm mit. Mit was kann man Gold abbauen? Ähm... Eizen. Eizen. Das ist so, so ein trauriges, trauriger Moment. Schlimmer ist es, wenn man mit Stein Deers abbaut. Da wäre ich... Da wäre ich getriggert. Äh... Kennt ihr diesen Spruch so im Unterricht, wenn die Lehrerin sagt? Gold ist besser als Eisen. Aua. Das stimmt nicht. Alle... Alle die Micro spielen. Getriggert. Triggeren. 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 Oh. Schrappst hat uns. Holz aus. Das war gerade nicht sonderlich klug. Aber ich vercrafte. Ich habe das. Den her. Moment. Wenn du deine Axt suchst, die du gerade dort hingeproppt hast. Ja. Schaffst du mal was mit? Ich habe noch immer null Ahnung, wie man Brot genau herstellt. Drei Weizen. Drei Weizen in eine Reihe. Okay, ich habe gravel. Das ist schon mal gut. Ich habe Wasser. Okay, danke. Du hast Wasser, geil. Ich habe einen Zombie. Viel Spaß. Kann der Baby... Warte mal. Ich muss ganz ehrlich sagen. Marius wäre mir leider Freundin interessiert. Und auch nicht an einen Freund. Aha. Ich glaube, er ist Aro-Mann durch. Also A ist Aro-Mann. Und du kennst das Wort Privatsphäre nicht. Du kannst es rausschneiden. Das ist ein Uncut-Folgen, du Vollidiot. Das läuft dir alles an. Ich... Ja. Oh. Hi. Villager-Zombie. Nice to meet you. Willst du meine Spitzhacke? Außer dem, Marius. Es ist ja nur eine Vermutung. Niemand hat gesagt, dass es stimmt. Okay, willst du nicht? Dann spür. Gut. Okay, an dieser Stelle sind wieder 20 Minuten rum. Ich mache an dieser Stelle wieder... Ja. Die Up-Mod. Okay, also Leute. Das war's nun mit einer weiteren Folge von Minecraft Skyplanes. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Wir sehen uns. Bis dahin. Haut rein. Und äh... Ciao. Bye. Weitere... Bye. Lê,jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjja